Die Münchner Polizei hat heute allerhand zu tun. 13.000 potenzielle Straftäter besuchen Wir haben auch gerade schon unsere Kontrolle durch. Abpissen, alles, aber nichts los. Schönen Gruß an die Polizei aus München. Ihr wart zu 60 oder zu 70 in unseren Bussen. Ihr habt nichts gefunden. Schikane. Habt ihr echt gedacht, wir nehmen Drogen? Guten Morgen, Bild.de. Bestes Foto. Drogenfunde bei Rav Camorra Konzert. Es war ein Palmaus Plastik 2 Konzert. Sie haben nichts gefunden. Auch in diesem Sinne an die Münchner Polizei. So etwas bringt nichts. Das ist nur Promo für uns. Das ist eigentlich ein ganz netter Bericht. Da geht es darum, wie erfolgreich wir sind. Also in Zukunft einfach sein lassen. Ja, ich freu mich. Was sagt nie mehr? Nein, keine Ahnung. Schönen Sie dieảmste nicht? Nein, die haben noch was gemacht. Ja, ich hab nicht gewonnen, die haben noch was gemacht. Nein, die waren auch noch nicht nur in der Türkei이라고. Aber wir würden es nicht nachher machen, werdet ihr nicht. Vielen Dank.